Krasse, wenn du die Leute hörst, aber nicht. Die Bedrohung wurde eliminiert. Der Feind formiert sich neu, die Geister sichern. Welchen spielst du eigentlich, Kevin? Äh, doch. Ja, dann heil mich mal bitte. Hinter dir. Ja, ja, warte. Dankeschön. Noch einer? Ja, wäre nicht schlecht. Danke. Noch einer? Nee, einer rein, das reicht. Danke. Noch einer? Oh, 119. Brauchst du noch einen? Nein, nein, nein. Oh, 120. Bring dir nix, geht wieder runter. Ja, ich weiß. Hör auf, spar deine Dinge, du hast nicht mehr viel. Gar keine mehr. Ja, super. Boah. Ich dachte, ich hätte jetzt... Wäre geil gewesen. Einfach so unendlich Dinger nur. Aber egal, zumindest sind mal wieder alle voll. Aufgeladen jetzt. Ich bin jetzt voll, weißt du? Jetzt treffe ich wieder gar nichts. Wir brauchen zwar die GTA-Folge. Alter, sollte man. Normal. Alter muss es ja machen. Gehört mal zu. Oh, ich bin jetzt einfach nicht zu sehen. Boah, ich bin chill doch gar nicht. Einverlust erwischt. Ich muss nachladen. Passiere C4. Ich gebe den C4 weg. Gab das bei dir? Ja, läuft. Soweit. Alles super. Ich habe den Typ getötet, der eine Sprengladung platzieren wollte. Weiter, vorwärts. Achtung, ich lade nach. Ach, das ist schön, wenn sie mir das zeigen. Oh, ich stehe auf dem Boden. Komm, ich helfe zu. Die Feindkämpfer sind hier in die Nähe. Wiederbelebungsmaßnahmen. Dankeschön. Bitte. Nachdem du mich getötet hast. Ich hatte dich getötet, nur den wieder noch. Der zockt noch. Lass ihn zucken. Kevin, zurück. Ja. Dani, nimm mal deinen Arsch da weg. Den willst du doch sehen. Komm, gibst du. Ja, okay, komm her. Wow. 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 Wie ich mit dem falschen Charakter irgendwie, oder? Feindlicher Angriff. Die Geisel absichert. Das seid ihr verziehen. Okay, danke. Wir haben gewonnen, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Was? Wir haben doch elf vor uns, mein Freund. Wir können auch die Geisel töten. Aber, 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 ich will nicht. Und ich spiele ja auch keinen weiblichen Charakter. Sonst hätte ich jetzt gesagt, ich zeig mich kurz und dann ist gut. Ich bin jetzt, ich bin jetzt bockig. Nee, 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 nee. Geh hinter ins Enkel, doch ich knall dich ab. Links auf dem Mototrail. Rass mich. Neee. Oho, Gasmann. Hat sich bezahlt. Na, nochmal, jetzt hab ich bezahlt. Oh, ich bin tot. Das ist tot, tot oder tot? Tot, tot. Schlecht. Der Gegner hat Sichtkontakt zur Geisel. Ja, mit Sicherheit, Schlecht. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Echt? Das ist ja schön. Verletzt, verletzt, verletzt. Schlecht. 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 Schlecht so einfach. Oder so. Hilfe. Du Penner. Nein, ich bin verletzt. Helft der Geisel. Du bist verletzt. Gut. Oh nein. Ich hab ihn halt nicht gleich gesehen. Oh Mensch, Dani. Ja, tut mir leid. Warte, der im Fenster. Ich bin nächstes Mal wieder der Beste. Ich hab den Typen überhaupt nicht gesehen. Der war im Fenster und hat sich versteckt. Schade. Bin ich nächstes Mal wieder bester Spieler. Ah, ist mir grad schlecht geworden. Bin ich sowieso. Na, du Penner. Alle Targetzähler ledig, jetzt. Juh. Dann könnten wir rausgehen, ne? Wir bleiben mal gleich drin, oder? Na ja, soll ich mal sagen. Machen wir weiter. Ja. Ein bisschen haben wir noch. Die halbe Stunde machen wir noch. Ja. Viertelstunde gehen noch. Okay. Stunde zwei vielleicht noch. Mega-Folge. Yay. Jetzt haben wir den jetzt schon wieder im Team. Okay. Der stimmt als erstes. Nur wenn er sich nicht bewegt. Stimmt wohl. Ja natürlich, klar. Wenn er sich bewegt, brauchen wir ihn ja nicht töten. Richtig. Ah, ich kann mich nie entscheiden. Auf enge Räume lehme ich lieber die Twitch. Da kommt schon wieder, da ist schon wieder einer beim Rekrut. Ihnen was was angefangen. Ach, gute Frage, komm ich noch mit. Was? Echt? Komm, wir machen alle Rekrut. So. Ich rede nicht. Ja, geil. Geil. Ja, warum nicht? Oh Gott, ich glaub ich weiß wie die Folge heißt. Einfach mal die Rekrutenrunde. Der Rekrut? Die Rekruten. Die Rekrutenrunde. Geil, geil. Oh nein. Oh shit. Wir müssen die Geilautomalisierung. Oh Gott, das ist richtig der. Let's go. Mach voll, mach der Typ. Mach voll, mach der Typ. Ha? Gewinnen sich alle? Oh! Ich hab ein, zwei, drei, vier. Welcher? Dann bring ich mich vorhin. Bewegt sich nicht? Er hat aber so einen Ding... Na gut, vielleicht hat er... Seid mal schrecklich ab. Bewegt er sich oder bewegt er sich nicht? Nö. Oh Gott, ich bewegt! Oh Gott, du bist! Ich wollte ihm einen ganz gelüstlichen Headdy geben, gell? Warte, Dani springt einfach weg. Ja, das waren Selbstvertretter. Rekrut in der Tiefgarage. Ich lade nach! Eine AUG ist doch nicht so meins. Ha? Eine AUG ist doch nicht so meins. Ich geb jetzt mal Geld ab hier. Das ist die falsche Bank. Musch ne Steuerzahlen. Naja. Ich würd grad sagen, ich hör doch da was. Ja, kam auch, ich hab schon. Sehr gut. Ich hör was, ich bin irgendwo falsch. Kann das sein? Ich bin irgendwo belissen. Ich hör ne Schrotenblinde. Ich hör was. Bitte wenden. Wenn möglich bitte wenden. Wenn möglich bitte wenden. Ja, ich hör was. Alter, wo ist denn der Schrotblinde-Typ? Keine Ahnung, ob er was getroffen hat, aber ich hab geschossen. Fast, ja. Aua. Ach, ich scheiße. Ach, ich scheiße. Der hat sich ja kann und beim Clay 2. Was? Warum wurde ich... Hä? Ab wie spät kam das? Die Frequenz. Die Frequenz. Ich wurde erschossen, stehe noch ewig rum, konnte nicht schießen. Und dann so zwei Minuten später wurde es eliminiert. Minuten. Ja, zwei Minuten waren es nicht, aber paar Sekunden waren es auf jeden Fall. Wer die Geisel? Ich. Geisel gesichert. Zum Evakuierungspunkt. Ach, du bist tot. Ach so, wer hat die Geisel? Wer hat die Geisel? Wer hat die Geisel? Ich bin jetzt leider zerlegt. In dem Raum beim Familienwagen. Wir müssen ja das andere in der Welt wieder geißen. Was? Ich bin dann da raus, wo wir rein sind. Ja, scheiße. Was? Ich will ja nicht sagen. Ja. Ich hab jetzt noch 20 Prozent. Gut, ich hab 24. Ah, gut. Das wird jetzt echt ätzend, weißt du das? Mit Sicherheit. Warum machen wir so eine Scheiße? Weiß es nicht. Bist du denn? Äh, ich war am Eingang. Uiui, ich wär zu scheu. Uiui. Uiui. Was heißt Halt? Da. Wo? Au! Kommen sie mit mir gekrochen. Na lösen. Na lösen. Na lösen. Wir haben die Geisel freigelassen. Wir müssen die Geisel wieder sichern. Mein eigener Druck wurde eliminiert. Wir sollten raus, dann schauen wir wieder den Spacken. Jo. Bin ich auch grad dafür. Da hinter dem Eingang schon auch noch einer. Bin rausgegangen, jetzt hätte ich. Ja, ich wollte grad. Ich hatte das nicht mitbekommen. Also ich wollte auf Touchpad gehen. Jetzt kann ich. Ja. Du könntest immer noch. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Eins. Er will nicht, obwohl ich allein drücke. Noch 30 Sekunden. Jetzt schmeiß ihn raus. Kevin. Hab's schon. Gut. Ist raus. Ne. Diesmal nicht. Ich brauche heute auch mal wieder einen guten Spieler. Nicht immer der Herdung. Mison. Vielleicht sollte ich mir einfach mal so einen Rekrut zusammenstellen. So einen guten. Der eine spielt tatsächlich noch Rekrut. Vielleicht hat er nichts anderes. Du kannst nur das wählen, was davor eingestellt ist. Ja, aber du kannst mehreres auswählen bei dem Rekruten. Ja, aber du kannst die Waffen zum Beispiel nicht modifizieren. Ja, gut. Ja, ist ja nicht schlimm. Oh, Kevin. Man hört wieder alles, wie du trinkst. Wollte kommen, dass ich trinken kann. Entschuldigung, dass ich nichts zu mir nehme. Hör auf zu atmen. Ja, richtig. Das ist der aber auch immer gleich zu übertreiben, man. Ich schaff das auch immer mit dem zu übertreiben. Da liegt einer. Was ist denn da los? Da liegt noch einer. Was ist denn da los? Wir haben sie gerade an der Tür. Oder am Fenster. Da steht ein Spanner am Fenster. Guck mal. Da stand zwei Spanner. Einer hat gerade einen Fernrohr dabei gehabt. Das hört sich falsch an. Ihr seid eklig. Oh Gott. Ihr seid echt eklig. Das müssen wir eigentlich machen. Geisel evakuieren. Okay. Steht dran, ja. Auf die Geisel evakuieren. Äh, was? Auf die Geisel evakuieren. Was denn? Auf die Geisel evakuieren, ja. Wie doof. Er guckt an die Decke. Ich hör... Ja, ich wusste es. Hä? Wo ist er? Ich hab ihn gehört. Ich seh ihn. Ich seh seinen Schatten. Ich geh ihn. Ja. Ich seh ihn. Ah, ich seh nichts. Ich seh ihn. Ich bin quasi hier neben dir von der Wand. Ich bin quasi hier neben dir von der Wand. Ja, ja, ich seh dich. Ich seh dich. Über uns sind... Ich geh meinen Keller runter. Schießt du? Ja, deswegen ist derjenige auch tot. Okay. Okay, hier ist ruhig. Keller ist sauber. Hier ist der erste Raum sauber. Oh ne, Keller ist doch nicht sauber. Da ist was. Okay, Keller ist sauber. Oh, was war das noch? Ah, da waren wir vier an der Wand. Bist du tot? Ich bin jetzt komplett tot. Geisel lokalisiert. Die Geisel sichern. Ich bin mit dem anderen bei der Geisel, ne. Ja, ja, dann bringt sie raus. Ich bin hier im Piepen. Geisel, ne. Bande, Pernasen. Fein, Pernasen. Geisel und Scherpferd. Lauf. Oh! Lauf! Dann läuft der runter und geht da dann. Äh, Rekrut-Greisel-Evakuierungspunkt ist auf der anderen Seite. Wir könnten außen rum gehen. Naja, nur dass der den langen Weg genommen hätte, und zwar in die völlig andere Richtung. Aber er freut sich. Ja, aber nicht so rum. Geisel ist frei. Die Geisel sichern. Ja, ja. Der Max muss sich schon zählen. Geisel gesichert, zum Evakuierungspunkt begeben. Na, da ist doch bestimmt noch mehr. Eigentlich doch. Was ist das für ein Evakuierungspunkt, ey? Da war das Spiel jetzt echt zum ersten Mal, oder? Na gut, hier war ich aber auch noch nie. Ja, die Map ist auch ein bisschen... Yay! Wirklich, jetzt die Geisel. Gut gemacht. Geisel befreit. Geisel getötet. Gut gemacht. Headshot. Ich spreche mich noch. Was ist da los? Wamp, 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 wamp. Ich schieße gerade von mir doch auf die Geisel. Oh, keiner von uns. Oh. Er hat aber auch guter Sekt gemacht. Ja. Good job auf jeden Fall, ja. Aber ich würde sagen, dass woch ist. Ja! Ey, der ist nur knapp vor mir. Ich hab's gesehen, gern. 15 Punkte. Naja, stimmt. Gut, gut. Dann mach mal deine Abmoderation. Genau, mach mal, mach mal. Ciao. Toll! Wie soll ich dir machen, weil ich die Anzeige gemacht habe? Okay, dann wünsche ich euch was. Vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht's sich beim nächsten Mal. Tschüssi! Tschü- Tschüü- Tschüü. Bis dann!